Herzlich Willkommen zu einem neuen Format hier auf Philips und zwar ein Let's Such. Wir suchen heute nämlich in Minecraft in meiner Let's Show Welt ein Dungeon. Also das wo man ins Endportal, also ins Ende kommt. Ich habe ja jetzt schon mal vor kurzem angefangen und habe aber nur einen blöden Scheiß gefunden. Es war nichts richtiges. Und jetzt bricht gerade ein Framerad bisschen zusammen, warum auch immer. Na gut, jetzt geht es wieder. Aber da war nichts. Also ich habe schon gesucht, aber da war einfach nichts, wo ich es gefunden hatte. Deswegen versuchen wir jetzt hier nochmal das Glück und diesmal mit Kamera sozusagen. Jetzt muss ich kurz gucken, ob das im Moment... Ja, funktioniert. Hat nämlich vor uns nicht funktioniert. Okay, fangen wir an. Schießen wir das Ding hoch. Ja, und wie es ausge... Da ist es aber noch keins, oder? Ich denke es mal nicht. Halt die Schnauze. Äh, aber ich habe ja noch meine Kopfhörer an. Das geht wieder in die gleiche Richtung, wie ich das jetzt schon so sehe. Plupp. So, rennen wir halt mal in die Richtung. Ich habe ein bisschen Halsschmatzen. Deswegen klingt das ein bisschen verkratzt vielleicht jetzt. Und da hinten, wo dieser Erdblock ist. Wenn das wirklich genauso funktioniert, schießt es mich da wieder dorthin. Weil ich dort nicht schon mal war. So. So, nochmal hier ins Abschießen. So, das landet bestimmt jetzt auf dem Baum da oben. Ja, ganz toll. Wie komme ich denn da hin? Zack. Plupp. So, jetzt schießen wir noch ins weg. Wenn es jetzt so komplett anderes landet. Ich laufe jetzt einfach mal in die Richtung. So. Jetzt fliegt es bestimmt wieder zurück. Upp. Ich weiß nicht ganz genau, wie es angezeigt wird, wo es nun ist. So. Oh man, ich will das Auge wieder haben. Aber, ich dachte es wäre so, dort wo es dann immer permanent hinfällt. Oh, hier ist ein Krieger vor uns mal explodiert. Deswegen ist ja auch ein Loch. Oh, jetzt habe ich gleich das weg geworfen. Äh. Also hier ist es nicht. Jetzt fliegt. So, und jetzt geht das hier kaputt. Wenn ich jetzt hier ein neues werfe. Dann ist es weg. Ne, wo ist es denn hin? Komm raus aus dem Baum. Kann man alles nix dafür, dann muss der Baum weg. So. Liegt bestimmt irgendwo hier unten. Ne. Sehr merkwürdig. Wo ist es hin? Äh. Na gut. Aber irgendwie hier sollte es ja sein. Dann habe ich mich hier nämlich schon mal runter gegraben. Und ich grabe mich jetzt einfach mal aus Spaß hier noch mal runter. So, dann bin ich hier in einer übelst geilen Höhle. Ich drücke das jetzt einfach mal so aus. Und da will ich dann irgendwann nochmal was bauen. Habe ich mir so überlegt. Und. Erstmal will ich hier aber das Minecraft Dungeon finden. Hallo Herr Creeper. Batsch. 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 Ding. 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 Aber wie gesagt. hier ist ja nix. Und wenn ich mich jetzt noch tiefer grabe. Dann. Komm ich erstens hier raus. Kommen wir mal hier schnell hin. Da ist auch nix weiter. Also. Wirklich nix. Und dann grabe ich mich jetzt weiter runter. Bis ich ganz unten bin. Da werde ich abgeschossen. So eine Frechheit. Das lässt schnell auf mir sitzen. Wo kommen denn die mal her? Von hier oben. Oha. Was war denn das hier? Ein Fahrstuhl. Da geht es ja noch weiter oder? Da denke ich jetzt nicht hoch. Aber. Irgendwo hier soll das ja sein. Ich müsste aber hier umschauen. Ist da nix. Hier bloß wieder eine Höhle. Was haben wir hier unten? Da. Fackeln. Hier. Da ist nix. Hier kommt nix weiter außer ein Skelett. Zack. Zack. Na. Die Frechheit rennt ja einfach weg. Uh. Sollte mal schnell was essen. Oh. 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 Also ich sterbe eigentlich regelmäßig. In diesem Spiel. Also das ist kein Hobby von mir irgendwie. Aber. Es passiert schon öfters. So hier ist also nix. Wo kommt denn der jetzt her? Ja. Nun gut. Wo ging das jetzt hoch? Hier ne? Ja. Hier geht's hoch. Hoch. Und hier weiter. weiter. Aber hier ist nix. Weil ich bin ja weiter vorne bin ich ja runter gekommen. Bei dem gegrabe. So. Hier bin ich angekommen. Bin ich schon mal in die Richtung weiter gegangen. Und da komme ich nicht dorthin wo ich das erste war runter gekommen hab. Und zwar hier. So. Jetzt ist meine Fahrer. Wir haben auch solche. Dann. Hier war so ein. Monsterspawner war das glaube ich. Aber hier ist nix weiter. Außer Erde. So. Hier ist nix. Hier ist nix. Und welche runter grab. Ich würde jetzt mal sagen hier ist auch nix. Aber ich brauche ja schon mal runter gegraben. Und was kommt hier unten? Nichts. Also von daher. Na. So hoch. Ist da eigentlich ein kurzes. Grunde genommen auch nix. Ich weiß ja einfach nicht wo ich da lang soll. Möööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Mann, ich will doch bloß so einen Dungeon finden. Mann, oh. Oh, es führt mich ja immer wieder hierher. Das ist ja das Merkwürdige. Egal, was ich mache. Ich komme immer wieder hier an. Wenn ich hier weitergehe, bin ich nicht schon fast schon an der Oberfläche. Wenn ich hier oben jetzt rausgehe, bin ich draußen. So, hier hinten geht es ohne großartig weiter. Da hätte ich bloß alles ausgelöscht, weil ich das erste Mal hierher gekommen bin, dann bin ich gleich direkt. So, ganz normal bei mir. Gucken wir hier unten weiter. So, keine Ahnung, wie ich jetzt hier bin. Gehen wir mal hier runter. Ich glaube, jetzt darf man schon sagen, dass ich doof bin, oder? Ich habe da jetzt wirklich vier sich da oben verschossen. Das gibt es doch nicht. Aber vielleicht sind die irgendwo gelandet hier. Wir haben natürlich schön. Augen, wo seid ihr? So. Boah, das ist ja ein Knall auf dem Ohr. Aber ich habe gerade eine gute Vermutung. Weil die sind ja alle dort drüben gelandet. Oder zumindest zwei. Habe ich eigentlich genug Fackeln mit? Ja, das wird schon reichen. Alter, wo geht es denn hier lang? Hm, war klar. Sackgasse. Halbe Stunde laufen für Sackgasse. Das ist immer das Schönste bei Minecraft. Minienkraft. Minecraft. Minecraft. Na ja, wie spricht man es eigentlich aus? Na ja, es weiß keiner. Gut. Da wollen wir den tollen Raum hier oben in den Hochraum ausleuchten. Und hier sind die auch im Grat gelandet. Also wenn ich ihn nochmal hochwerfe. Das ist natürlich auch ein Trick, hier unten in der Höhle zu suchen. Ja, ne. Wenn ich jetzt hier runter grabe, ich weiß ganz genau, wo ich ankomme. Also, ich glaube, das bringt ja alles nichts. Jetzt muss man mal ganz schnell gucken, wie weit ich das schon aufgenommen habe. Das sind jetzt 15 Minuten, das ist gut. Deswegen würde ich jetzt erstmal Schluss machen und ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet und sagen könntet, wie ich das Dungeon hier finden muss. Also, ich freue mich auf eure Kommentare. Ich freche noch ein Hühnchen und danach schmeiße ich es an die Wand. Warte, ich muss jetzt Hühnchen an die Wand werfen. So, äh, und ich würde mich freuen, wenn ihr mir sagt, wie ich das Dungeon finde und wir sehen uns dann damit in der nächsten Aufnahme wieder. Auf Wiedersehen und Tschüss. Gleich geht's weiter auf Philips. Bis zum nächsten Mal.